Das Bild heißt Ajaella Mountain. Ich habe eigentlich einen Berg in meiner Heimat dargestellt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und der Ort heißt Onyang in Südkorea, wo sehr viele Flüsse und Berge sind. Unser Haus liegt direkt an einem Fluss. Ich habe sehr oft in dem Wasser gespielt und nach der Schule ging ich oft in den Wald mit meinen Freunden im Frühling. Da waren so viele Ajaella Blumen, dass der Berg die Farbe geändert hat in Pink. Ich habe die Blüten gesammelt und meine Mutter hat damit einen Schirub gemacht. Und dann hat sie auch auf der Leißkuchen die Blätter immer drauf gelegt und das war so schön und auch lecker. Und ja, ich wollte dieses Gefühl in meinem Bild darstellen. Und ja, das Bild ist ein bisschen für mich. Ich habe eine gute Idee. Untertitelung des ZDF, 2020